So, meine extreme Grand Prix-Fans melden uns zur Stelle. Heute Nacht ist Themennacht bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt Extremfans. Und ich möchte folglich mit Leuten reden, die Fans, aber wirklich extreme Fans sind. Von zum Beispiel... Tobias. Stars aus der Musikbranche, vielleicht Helene Fischer, Andrea Bernhardt. Tobias. Oder vielleicht seid ihr auch Fans von Pornodarstellern. Sebastian. Was auch immer, wenn ihr Fan seid, aber wirklich Hardcore-Fan, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 0800 0800 0800 0800 0800. Oder mailt uns domian.mtorno.wdr.de. Nur ist heute keine offene Torno. Also Thema Extremfans und ich bin verbunden mit Sebastian. Guten Morgen. Jo Leute, was geht ab? Ich bin rein. So, Sebastian, du bist eine Frau. Ja. Ha. Und ein Extremfan. Von. Wer muss unterschreit YouTube? Ja, meine Lieblings. Sag mal so, er ist wirklich jetzt einer meiner Lieblings-YouTuber ein bisschen geworden. Ja gut, da gibt es natürlich auf der ganzen Welt völlig irrsinnige Leute, die... Wie lange bist du schon ein Fan? Eine Woche lang. Aber... Wie... Sein erstes Kamer hochgelandert. Und zwar... Capital Bra Feuer. Du hörst immer diese Musik. Jeden Tag. Ja. Wirklich ununterbrochen. Es läuft im... Ähm... Er war... Richtig... Scheiße. Jetzt mal ohne Spaß, aber... Man kann sich das anhören, es ist aber nicht so meine Musik. Wie kommt das? Die größte Erschütterung für die... In der Menschheitsgeschichte. Also... Ich möchte nur dazu sagen, ja, es ist gut produziert, aber es ist halt nicht so meine Musik. Und mehr verwundert mich, dass du, äh... Und du hast gerade so eine Bemerkung gemacht, aus der ich geschlossen habe, dass du auch gerne diese Pornofilme guckst. Ach... Das ist bei mir so stark, dass ich unendliche Folgen Porno zu Hause habe davon. Diese Folgen, ich glaube alle, mittlerweile dutzende Male gesehen habe. Äh... Also ich kenne manche Verläufe, fast schon die Dialoge auswendig. Und es hat immer wieder Spaß mir das anzugucken. Wie ist das bei dir? Ja, ha, hm, okay. Ich fang mal an. Ja. Das ist doch irre, ne? Warum macht man sowas? Könnte ich für mich auch gar nicht beantworten. Ich will nur jetzt fragen, warst du in Amerika? Ja, man ist, man lässt sich da so reinfallen. Und, äh, man glaubt dann fast, diese Welt ist real, ne? Alter Junge, bist du krass. Führen die in den Tiefen des Alls, ohne dass wir etwas mitbekommen davon, schwere Kriege? Amerika? Man weiß es nicht. Danke für deinen Anruf und viel Spaß weiterhin beim Gucken. Und den Song, also den Song, das ist halt nicht von dir. Den Song fand ich jetzt nicht so gut, das ist halt nicht meine Musik. Dankeschön, tschüss. Aber wie du gesungen hast und ja. 0800 220 50 50. Unsere Sendung, äh, Extremfans in der Technik. Ansgar Machalicki. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.